Hallo und willkommen zu Herzen. Wir befinden uns immer noch im Sunwell-Kartenchaos und ja, ich versuche jetzt hier schon seit 13 Spielen ungefähr, unseren guten alten Voltron zu beschweren. Ja, und das ist mir bisher erst einmal geglückt, aber ja, ist nicht wirklich in Aktion getreten, weil mein Gegenüber natürlich, ja, ja, kein Fun-Deck spielt oder nichts von Spaß hält und ja, naja. Ja, hoffen wir mal, dass es hier besser läuft mit dem Druiden. Oh, der spielt genau das gleiche Deck. Face, 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 face. Wow. Well. Wichser, ey. Letzt du sehen, was du davon hast. Gott, ey, diese Anti-Spaß, Leute, ich verstehe es nicht. Äh, jetzt kann ich wieder kein Voltron. Oh doch, ich kann Voltron. Ah ne, es reicht nicht. Oh doch. Fuck. Ah, ey. Anstelle in so einem geilen Modus ein bisschen lustige Decks zu spielen. Nee. Wir müssen hier Hardcore... Hardcore spielen. Mach. Das ist das, was, finde ich, diesen Modus auch ein bisschen kaputt macht, also die ganzen Try-Hards. Anstelle sich in den Modus irgendwelche lustigen Sachen auszudecken, die mal von den Meta-Quatsch, ähm, ja, abweicht, Nein, da muss man das natürlich auch noch gleich, ähm, verstärken, weil es gibt sehr, sehr, äh, ähm, in diesem, ähm, in diesem Kartenchaos diese Woche, ja, sehr viele Leute, die voll, voll auf, äh, Agro greifen, sprich quasi nur Charge und so einen Scheiß drin haben. Und Face, 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 anstelle von, ja, mal ein bisschen was Lustiges machen. Hä? Ah. Halt, warte mal, ich muss, ich muss, wir haben jetzt hier sechs, ich muss meinen, meinen Voltron spielen. Zu viele Diener, okay, dann muss ich erst mal, äh, den hier reinrennen. So. Dann müssen wir den da reinrennen. So. Dann hoffen wir mal, dass unser Voltron was wird. Voltron! Ugo! 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 Oh, come on! Obwohl, das reicht noch. Das reicht noch. Ja. Yeah! Ha, ha, ha! Wuh! 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 Oh, schade, jetzt konnte man nicht mehr Danke sagen, hm, okay, juhu, wir haben Voltron geschafft, einmal von, ja, 13 Reich, glaub ich nicht, das waren glaub ich schon mehr als 13 Matches, wo ich das versucht hab, aber, ja, wir haben's geschafft, wey, Voltron, Ogo, los, Robot, Murloc, don't assassinate him, Gallywigs, und Jeeves, hä, oh, okay, das war ein bisschen komisch, ein bisschen verbuggt, äh, also, das waren viermal jetzt, ne, ja, ja, wuh, Voltron, wuh, eieieieieie, und jetzt kommen Malygos und, ach ne, kann ja gar nicht so viel Schaden, obwohl, Malygos, Prep, und dann, ja, irgendwie was drum zaubern, aber, äh, Board Clearen, Vanish würde jetzt eigentlich nur was bringen, okay, das ist kein Vanish, für, wuh, 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 GG! GG! Ja, ähm... Das waren dann jetzt zwei erfolgreiche Voltron-Beschwörung in insgesamt 19 Spielen, wo ich es versucht habe und ich denke mal, ja, es war ein lustiges Experiment auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall auch feststellen müssen, dass ziemlich viele Leute in diesem Kartenchaos leider Gottes anstelle von irgend so was Lustiges auszuprobieren, was man sonst im normalen Spiel nicht hinkriegt oder so gut wie... Ja, das war jetzt schon ziemlich schwer, das hinzukriegen. Also quasi diesen Modus nicht auch mal nutzt, um irgendwie was Verrücktes zu machen, was Lustiges zu machen. Es waren extrem viele Tryhard-Decks, auf die ich getroffen bin. Also, ja, Charge-Your-Face-Decks oder Decks mit Alex Traser oder am Anfang als Opener und dann Bam 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 im Tod und solche Sachen. Also, kaum Decks, die irgendwie versucht haben von dem ja, normalen Spiel, was ja eigentlich im Leather-Modus Face, Face, Face mittlerweile oder schon jeher so war, eigentlich nur noch verstärkt ist. Also, ist sehr schade. Aber, naja, was will man machen. Trotzdem war es sehr lustig, dass ich zweimal Voltron endlich mal... Nein, eigentlich fast dreimal. Das erste Mal habe ich ihn nicht aufgenommen. Ähm... Aber ich habe ihn jetzt zweimal selbst gesehen. Also, ist es auf jeden Fall wert. Die eigentliche Kombo, die ich ja machen wollte, ist ja Voltron beschwören und dann hier mit zweimal Geist der Ahn und Reinkarnation und dann mit Baron Totenschwur das ganze Board damit voll machen. Aber zu der Kombi kommt man wahrscheinlich nur, wenn man irgendwie gegen Kumpel ein Duell macht oder so. Ja, dann würde ich mal sagen Dankeschön fürs Zuschauen dieser eingeschobenen Videos. Die sind ja eigentlich eher außerplanmäßig. Ja, außerplanmäßig. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Bye!